Guten Morgen von Mutter Ganga. Heute Morgen möchte ich über Angst sprechen. Im Moment gehen wir auf der Welt durch eine Zeit von intensivster Verwandlung. Viele Dinge werden ans Licht kommen, Wahrheit wird sich zeigen. Und Babadi hat immer gesagt, es kommt die Mahagranti, die große Zeit der Veränderung. Und es ist wichtig, dass wir nicht in dieser Angst vibrieren. Wir werden ganz viel Informationen bekommen über Korruption und was in der Welt passiert. Und wichtig für uns ist, dass wir in unseren Gedanken nicht daran stecken bleiben. Bewusstsein über das, was in der Welt im Moment passiert, ist ganz wichtig. Aber nicht in diesen Gefühlen vibrieren. Das heißt, diese Gedanken auch nicht ständig im Kreis drehen. Und das Mantra hilft uns, uns auf das Göttliche konzentrieren. Denn alles, was jetzt geschieht, hilft uns, in diese neue Zeit zu kommen. Die Zeit des Friedens, die Zeit der Kraft, der Liebe. Und im Moment, wir müssen durch diese Veränderung durch. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr heute in dieser Kraft bleibt, im Om Namah Shivaya, in der göttlichen Energie, in dieser Liebe. Und wir müssen durch diese Zeiten jetzt durch bewusst sein und in eurer Kraft sein. Wenn da Entscheidungen kommen, die nicht in der göttlichen Energie sind, auch aufrecht stehen. Ich wünsche euch viel Kraft für den Tag von Muttaganga. Om Namah Shivaya. Have a blessed day.